Ah, Bethesda hat's ja jetzt leer, so gerade die Skyrim und Fallout 3 und alles, das war ja am Anfang. Das hat ja ein paar Patches gebraucht, Community Patch. Bethesda ist ja ganz gut darin, Spiele zu machen, die unfertig sind. Ja, das haben sie raus, das ist das Geld von denen. Ui, auf PS3 einmal, aber auf PS4 bin ich ca. bei der Hälfte. Ja, nice. Voll geil. Ich liebe Coochum. Ja, hast du wahrscheinlich die Erweiterung noch nicht gespielt, in den PS, oder? Das ist jetzt noch nicht gespielt, das Gute ist, ich habe es auch schon mal durchgespielt, das Spiel. Und warum ich es eigentlich gespielt ist, weil ein Follower gemeint hat, ja, du musst unbedingt Blood & Wine spielen, weil Blood & Wine wird ja sehr, sehr, sehr hoch angesehen. Und ich hatte Part of Stone gespielt, aber Blood & Wine nicht. Und das ist auch der Grund, warum wir das in den Stream spielen, weil ich nämlich Blood & Wine sehr möchte, einfach weil The Witcher einfach ein gutes Spiel ist, kann man halt schon so sagen. Das ist absolut super, ja, das stimmt. Das stimmt, Eloy, deswegen werden wir uns das auf jeden Fall mal anschauen. Tom, was spielt denn sonst noch viel Spiele? Habt ihr gesehen von Witcher 3? So. Kommt bitte raus. Suche meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf. Hab Waren für die Armee. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Suche meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf. Viele verschiedene Sportspiele. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Ich habe gestern auch ein Sportspiel gespielt. Könnte man sagen. Ein Kampfspiel aber. Ein Sportkampfspiel. Schaust du zufälligerweise Anime? Beziehungsweise hast du früher Anime mal geschaut? Ja. NHL, NBA, FIFA, UFC, WWE, etc. Also das ganze, ok, krass. Dann ist Witcher 3 ja eigentlich so total... Die Ausnahme, oder? Ja. Wieso die Ausnahme? Ja, weil es einfach Nostalgie ist. Mhm. Wie bist du denn auf Witcher 3 gekommen, wenn das so eine krasse Ausnahme ist zu Sportspielen? Hat dir das jemand empfohlen? Nun Hexer, hast du deine Aufgabe erfüllt? Warum kümmert ihr Priester euch erst jetzt um die Gefallenen? Die Lebenden sind die vornehmste Pflicht der Kirche des ewigen Feuers. Du machst dir keine Vorstellung von der Arbeit, die wir direkt nach der Schlacht geleistet haben. Die Verwundeten brauchten Hilfe. Die Flüchtlinge geistlichen Zuspruch. Messen mussten gelesen, Spenden eingesammelt werden. Das freut mich zu hören. Was hätten die Leute nur ohne euch getan? So, ich hab mich um die Gräber gekümmert. Sehr interessant, eine der Leichen war noch lebendig und sehr gesprächig. Wie meinst du das? Einer der Fistech-Händler hat überlebt. Und der hatte eine hochinteressante Geschichte zu erzählen. Oh, faszinierend. Ich würde dir diese Geschichte abkaufen. Für immer. Exklusiv. Hm. Ne. Nein. Nein. Nö. Da hast du schön die Kirche verraten. Das waren wir nicht mit. Ich spiele auch gerne God of War. Das God of War für die PS4. Also das neue God of War oder die alten Teile. Mein bester Freund hat es damals dreimal durchgespielt und da habe ich es auch mal durchgezockt. Ja, ist auf jeden Fall. Ich fahre es halt. Ja, aber jetzt mal eine interessante Frage, Tom. Hast du das abgelehnt und gesagt, hey, ich bin nicht bestätigt mit dem ewigen roten Feuer? Ja. Oder hast du gesagt, yo, give me that. Einverstanden. Hier. Die Geschichte bleibt unter uns. Was hast du gedrückt? Erinnerst du dich daran noch? Und Jolly oder Angst. Was habt ihr geklickt? Ich weiß genau, was ich klicke. Ich bin sehr zwiegespalten. Hey, wie passt du eigentlich das Spiel gespielt in Witcher 3? Weil du gesagt hast, dass du Cyberpunk mega cool findest. Deswegen. Ich bin nicht bestechlich. Du hast gesagt, du bist nicht bestechlich. Ich erinnere mich nicht mehr, aber ich glaube, einverstanden. Definitiv abgelehnt. Noch eine andere Meinung? Möchte noch irgendjemand sagen, ob ihr bei der ewigen Flamme, ewigen Feuer abgelehnt habt? Die Geschichte für euch behalten habt? Oder hast du gesagt, ich bin nicht bestechlich? Ich wüsste gerne, wie viel Geld ich kriege. Ich habe vorhin 238 für mein eigenes Schwert ausgeben müssen. Weil ich so dumm war und das verkauft habe an diesen komischen einen... Ich will den Namen sagen, aber ich bitte auch nicht. Bei Cyberpunk nehme ich immer das Geld und bringe die dann nach oben. Ja. Ne, ich schlack jetzt alle ab. Du kannst mich anheuern, aber todsicher nicht kaufen. Ah, eine Sackgasse. Dann ist es wohl das Billigste, dich zu töten. Drei gegen einen? Das schaffen wir. Hexer oder nicht. Auf ihn! Toter Mann! Toter Mann! Ewigen Feuer heißt es genau. Oh, du erinnerst dich nicht mehr, wie viel Geld das gab, oder? Ups. Eigentlich war ich nicht mehr so gut. Alter, mein Lieblingsmugs übrigens. Ja. Da war ein Hütchen. Jetzt wäre aber interessant, wo können wir diese Geschichte weitererzählen? 200 Kronen. Ich glaube nicht, dass man die weitererzählen kann. Aber das ist doch der Sinn dahinter. Wir müssen uns ja irgendwo petzen bringen. Die hat man bei mir gebackt, die Quest. Es gab definitiv nicht genug. Nee, also bei mir wäre es jetzt, wenn der mir jetzt 500, 600 Kronen gegeben hätte, dann hätte ich vielleicht überlegt, sie zu nehmen und ihn dann zu töten. Aber dann haben wir sie ja so auch dabei. Alter Mann! So, nee, der da hinten. Was ist los? Hast du Interesse an einem Passierschein? Hier gibt es die billigsten. Kennst du zufälligerweise Gothic, Tom? Über was für Passierscheine reden wir hier? Das weißt du nicht? Die Redania halten alle Pforten über den Panther. Ohne Passierschein kommt keiner durch. Aber du hast Glück. Ich habe noch ein paar zu verkaufen. Was soll ich machen, wenn du es dir nicht leisten kannst? Kennst du zufälligerweise Gothic? Das alte Spiel ist auch ein Rollenspiel. Der Orden war im ersten Teil das Böse. Nein, danke. Hey! Halt mal! Ich hätte vielleicht etwas Arbeit für dich. Wenn du die gut machst, gehe ich mit dem Preis runter. Das sagen sie immer voll Pfund aufs Maul. Volles Pfund aufs Maul. Volles Pfund aufs Maul. Lass uns Wildschweine jagen. Genau, das hat mich gerade an deine Aussage erinnert. Ja. Was für Arbeit in der Nähe. Ein Stück in der Nähe. Im Südosten hat mein Schwager sein Geschäft. Er reinigt mit seinen Leuten die Schlachtfelder. Leider hat er dauernd Ärger mit diesem Geschmeiß. Die hat gemacht die Quest bei mir nicht. Und Monster, die von Reichen angezogen werden. Ich habe den Neu mit ihm und juckt's. Dann kriegst du einen hübschen Rabatt. Schau, ich glaube den juckt's. Ja. Ja, Skyrim war auch super. Täuschungsstufe erhöhen könnte ich auch. Mach ich das jetzt? Machst du dann im Realife auch Sport, wenn du viele Sportspiele spielst? Oder rührt das nur von Videospielen her? Die hat gebackt, die Quest bei mir damals. Wow. Warum zieht er seine Waffe nicht? Warum zieht er seine Waffe nicht? Ich muss mehr mit den Ölen arbeiten. Ewe Dory. So. Necropagenöl. Ups. Schwert. Kann ich eigentlich auch jetzt einfach was essen? Ich habe sieben Jahre American Football gespielt. Also von 10 bis 70. Aber ging sehr auf die Knochen. Oh. Ja Respekt Tom. Krass. Ja heftig. Echt cool. Da muss man ja auch erstmal die Ausdauer aufbauen. Da gab es bestimmt auch einige Verletzungen. Dass er jetzt auch, äh. Ja. Eine Sportung, die ich schon mal erwähnen kann. Ich, was dir auch dran ist. Ja. Zielt auf seine Hau! Hässlicher Bastard! Hey, du da! Komm her! Was gibt's? Arbeit für dich. Du siehst mir wie ein Hexer aus, hab ich recht? Was brauchst du? Ich will, dass meine Männer ihre Arbeit unversehrt verrichten können, aber ständig kommen uns diese Leichenfresser in die Quere. Beseitige sie, dann kriegst du was ab. So voll hart, ja, so Prällungen und am Ende einen kleinen Finger bekommen, ist aufs Nix, bin immer gut davon gekommen, aber gönnt das schon doch irgendwann Routine. Voll hart, ja. Da bin ich aber ein bisschen erleichtert, dass du eventuell damit aufgehört hast, weil ich glaube, das ist auf Dauer kein gesunder Zustand. Ja, wie geil. Und heute machst du aber gar keinen Sport mehr, oder? Diese Quest backt einfach immer. Oder? Ach nee, da kommen jetzt. Weitere Nekroofwagen. Kann ich die eigentlich wegkontern? Ja. Wie lange soll ich noch? Äh, ja, ist wichtig, deswegen heißt es ja auch NFL nach Holland. Da müssten sich auch andere Beispiele von nehmen. Ey, da fällt nicht voll aus. Das habe ich auch noch nie gehört. Aber ist gut, gell? Passt gut, ja. Passt perfekt. Das ist immer so interessant, also man lernt so Menschen kennen, ne? Und dann so ein bisschen die Geschichten immer dahinter. Ja, ja. Ich denke ich auch immer so, what the fuck, weißt du? Das ist auch immer so, dass es mir auch meistens Spaß macht. Ja. Danke für deinen Follow Tom. Wir freuen uns wirklich übertrieben. Vielen Dank für deinen Follow Tom. Yeah. Jetzt haben wir einen ehemaligen American Football Champion bei uns. Mit vielen Gehörnerschütterungen. Ich weiß ja nicht, ob er viele Gehörnerschütterungen hatte. Oder ob einfach Gehörnerschütterungen in Routine waren. Ja, wenn es Routine war, hat er bestimmt schon einige. Ich glaube, dass halt alle mal eine Gehörnerschütterung haben. Oder hattest du oft eine Gehörnerschütterung? Wie fühlt sich die Gehörnerschütterung an? Kopfschmeißen einfach nur, ne? Oh, mein Tom fühlst du dich jetzt eigentlich angesprochen? Wenn wir es auch Tom sagen. Also wir haben ja noch einen Tom, ne? Deswegen, also für mich ist es auch schon gewesen gerade. Schlecht. Aber ich glaube, Tom ist möglicherweise eh im Lurk. Weil du würdest das selber spielen. Ja, das stimmt. Kopfschmerzen, Übelkeit ist da dran. Jetzt ist er vergestorben! Ja, willst du die Köst neu machen, oder? Robisch. Damit. Ah, Monster Hunter Wolt ist angesagt. Ah, okay. Dann wünschen wir euch ganz viel Spaß, Eleon Tom. Ja, Spaß, Eleon Tom. Altman Tom, nicht Tom Tom. Aber Tom, jetzt kommen wir hier richtig wichtige Fragen. Jennifer oder Triss? Die rothaarige oder die schwarzhaarige? Mayo oder Ketchup? Nummer! Maya, Mexico! Mayonnaise! Ich freue mich, einen schnelleren Weg die Ghule wegzumachen. ON! Gegen Vorher sind sie nicht so... Die schwarzhaare gehören die Jennifer? Beide natürlich. Ja Ja, das sind die genauso cool. Man kann ja beide haben. Ran an den Speck. Ach ne, ich glaub man kann beide haben, aber nur mit einer zusammen sein am Ende. Ne, die kannst du halt mit einer zusammen sein. Und das finde ich weit kommen glaube ich nicht mehr dazu, irgendwie durch die Erweiterung. Die Kira Metz kann man glaube ich auch wegflanken. Oder? Kira Metz kann man auch begarten. Siri aber nicht. Ja Alter. Das ist doch seine Tochter. Die Tochter. Ja egal. Was? Ja. Illegal wärs nicht. Ja. Aber gestört. Wir sind im gestörten Universum. Hier Maxi lässt tief blicken. Komm her. Was gibt's? Arbeit für dich. Du siehst mir wie ein Hexer aus. Hab ich recht? Weiß was du sagst. In Ordnung. Los. Lass den gleichen Fässer töten. Diom. Ich dieses. Hä? Was für Zerberne zum Scheideweg. Da will ich aber nicht hin. Ich will die Quest von jetzt gerade eben machen. Jinto hat heute noch gar nicht die süße Katze gemacht. Doch ich glaube also hallo gesagt hat. Ne Jinto hat gesagt hi. Und dann hat Jinto direkt geschrieben. Ähm. Ich glaube es war wegen Cyberpunk. Das kann sein. Ohne Katze. Wie oft wird The Witcher streamen? Also das ist ganz unterschiedlich. Das Problem ist, dass wir gerade viele Projekte irgendwie am laufen haben. Äh. Und The Witcher ist jetzt heute mal wieder seit langem. Also das letzte Mal haben wir. Also ich schätze mal so zweimal die Woche auf jeden Fall. Also wir streamen eigentlich jeden Tag. Eigentlich. Es kommt nur einmal vor oder so. Oder zweimal, dass wir mal die Woche nicht streamen. Aber.